Hallo zusammen, wir sind hier heute live auf dem Hasema E-Day in Berlin und bei mir ist Michael Buller. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Michael, mit uns zu sprechen. Gerne. Erste Frage ganz klar. Ganz kurz, wer bist du und VIR? Was macht der VIR? Was müssen wir dazu wissen? Mein Name ist Michael Buller, ich bin der Vorstand des VIR schon seit ziemlich langen Jahren, seit 2009. Und wir sind eigentlich die Interessenvertretung der digitalen Touristik. Also bei uns sind große Portale wie Expedia, HolidayCheck und so weiter organisiert, aber auch viele IT-Unternehmen, Zahlungsprovider und so weiter. Also das ganze Umfeld um die Digitalisierung. Super. Meine erste Frage, bezogen auf die aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Die Touristik war mit Sicherheit eine der ersten Branchen, die getroffen wurde von der Krise und das auch nicht zu gering. Was sind deiner Meinung nach die größten Learnings der letzten Monate für unsere Branche? Das eine aus Verbandssicht ist, dass die politische Arbeit, die wir geleistet haben, im Vorfeld, also über die Jahre hinweg davor, jetzt Wirkung zeigt. Wir waren ganz schnell bei der Politik, wir haben ganz schnell Lösungen bekommen und konnten eben auch auf die Lösungen Eingriff nehmen, die eigentlich für alle gelten. Das zweite ist natürlich, es gibt eine Turbo-Digitalisierung. Also alle Dinge, über die wir wild gesprochen haben, wir als Verband sowieso und dann mit großen Augen angeguckt worden sind, die sind jetzt plötzlich ganz normal. Also dass wir daheim sitzen, Wissen in Clouds ist und das irgendwie von überall in der Welt gearbeitet werden kann. Prozesse in Unternehmen verändern, ohne was ich, kontaktlos und so weiter. Das hat sich durchgesetzt. Und der dritte Teil ist, dass wir uns schon im Augenblick die Frage stellen müssen, die ganzen Hilfen, die wir gemacht haben und die bekommen worden sind, ob die da wirklich im Augenblick dazu helfen, dass sich Unternehmen jetzt weiterentwickeln und sich mit der Situation zurechtfinden. Da bin ich im Augenblick so ein bisschen am Nachdenken. Ja, das führt zu meiner nächsten Frage. Das wäre nämlich, ja, ich hoffe, du kannst sie beantworten. Was brauchen wir für einen richtigen Neustart der Touristik und wen? Für die Leisure Touristik ist natürlich das Thema Reisewarnung, die ja sehr, sehr hart ist. Und wenn man sich dann aber die Testzahlen an den Airports anschaut, dann muss man feststellen, dass zum Beispiel in Spanien 0,23 einen positiven Test hatten. Also von doch sehr viel Getesteten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Konsumenten, der etwas verunsichert ist. Und auch da das Vertrauen hinzukriegen, ist aber dann auch schwierig, wenn dann Mallorca aufmacht, nach sechs Wochen wieder zumacht. Also ich glaube, da brauchen wir einfach eine andere, eine Verlässlichkeit. Und vielleicht hat auch die Branche so ein bisschen ihr Vertrauen in vielen Reaktionen, die nachvollziehbar sind, aber vielleicht in schlechter Kommunikation vielleicht auch ein Vertrauen verspielt und das müssen wir auch wieder zurückgewinnen. Du in deiner Rolle als Verbandsvorsitzender, aktiv in der täglichen Lobbyarbeit. Welche drei Themen halten dich nachts wach aktuell? Lobbyarbeit? Lobby hört sich ganz schlecht an. Es soll jetzt ein Lobbyregister kommen, da kommen wir dann auch rein. Aber ich finde mal, was wir eigentlich machen, ist aufklären. Und wir schauen uns Gesetze an oder Entwicklungen an oder geben Empfehlungen ab. Wir arbeiten ganz eng mit dem Wirtschaftsministerium zusammen, also auch hier in Bayern oder in Berlin. Und im Augenblick beschäftigen wir uns natürlich, wie die Überbrückungshilfen im Augenblick gestaltet werden für die Unternehmen. Auch das Thema Insolvenzrecht wird es noch länger ausgesetzt als der 31.12., zumindest für die bilanzielle überschuldeten Unternehmen. Und das Thema Insolvenzabsicherung ist im Augenblick auch ein Thema, das ganz, ganz schwierig ist, weil wir ein altes System haben, das jetzt Stück für Stück ausläuft und kein neues im Augenblick greifbar haben. Also zumindest gibt es nur Gerüchte, aber es gibt keinen konkreten Vorschlag, der veröffentlicht worden ist. Und das macht uns so ein bisschen Sorgen. Okay, verstanden. Und wir sind heute hier auf einer Veranstaltung mit rund 150 Hoteliers. Du sprichst also an einer Audience, die sehr hotelseitig besetzt ist. Was wäre dein Wunsch? Die Hülle des Löwen. Die Hülle des Löwen, ja. Als digitaler, genau. Jetzt, wenn du einen Wunsch frei hättest, welchen Wunsch würdest du gerne an jeden Hotelier richten und in der Hoffnung, er würde es dann umsetzen? Ja, das geht so ein bisschen auch in meinem Vortrag. Das geht aber nicht nur an die Hotellerie, sondern wir haben, als wir die Überbrückungshilfen hinbekommen haben, dass die Unternehmen tatsächlich wirklich großes Geld bekommen. Vielleicht ist es nicht perfekt, auch für die Hotellerie, nicht für überall. Aber es ist so viel Geld geflossen, zumindest mal eine Milliarde. Da war die Hoffnung, dass alle die Zeit nutzen, um sich zu verändern. Und im Augenblick erlebe ich, und auch das Kurzarbeitergeld, im Augenblick erlebe ich eher, dass alle es nutzen, um einen Stillstand zu erzeugen. Nur nicht rühren, mit der Hoffnung, dass wenn wir ein, was ich, Gegenmittel haben oder eine Behandlungsmethode haben und alle hoffen am 31.12. und am 1.1. die Welt anders. Aber alle Einstufungen und alle Gespräche mit allen Fürst hat keiner das Gefühl, dass am 1.1. das Business zu 100 Prozent zurückkommt. Und darauf müssen wir uns doch einstellen. Und da passiert mir viel zu wenig. Ich glaube, im Augenblick sind die ganzen Hilfen genutzt worden, um sich ruhig zu stellen, aber überhaupt nicht für Veränderung. Und da müssen wir hin. Das ist das New Normal. Und was machen wir, wenn es kein Gegenmittel gibt? Sperren wir uns dann in den nächsten 24 Monaten ein. Und darum, glaube ich, da müssen die Unternehmer selber jetzt mal Gas geben und neue Konzepte entwickeln. Sehr gut. Gut, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Michael. Danke. Und ich wünsche dir ein ereignisreichen, was in My Day. Ja. Schön, dass du da bist. Danke. 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 Danke.